Ich sehe es wie ein Jodler. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Swiss Challenge! Heute mal mit dem Tobitox. Genau, oh mein Gott, ich bin gespuckt worden. Das war sehr geil und ich habe nichts bekommen. Ich schon. Die heutige Challenge haben wir noch gar nicht gezeigt. Genau, ich habe schon Sachen angeleitet. Ich habe eine Eisehause gefunden. Dann kannst du den Berg weifen. Dann kannst du die Eisehause tun. Genau. Oh mein Gott. Ich habe gerade eine Spiegel Challenge. Ihr beide dürft nur benutzen, was ihr beide Rüstungen machen soll. Das heisst, ich habe eine Eisehause, ich darf sie aber nicht benutzen. Ich habe einen Lederrocken und Gold. Ich kann gar nicht, ich habe nicht mehr Futter. Ich kann auch nur Futter. Also wenn wir jetzt nur ein Goldfutter finden, ist das so gut. Genau. Oh mein Gott, ich habe alles Kettenstoff. Scheisse Mann, ich kann gar nicht. Kettenstiefel, Kettenhube und Ketten... Brustband. Ich habe Leder-Sachen. Lederhelme, Lederhose, Gold. Nein. Ey, das gibt es doch nicht, oder? Alter, ihr könnt alles so unter dich, Mann. Alter, ich darf auch das Schwert nicht benutzen. Nein, darfst du nicht? Um ein Tapis jetzt. Man hat uns jemand gekillt und fragt, was ist das für Gamer, Mann. Ihr seht doch, meine Rücken ist jetzt auf die Schweizer Glitz. Jo. Ich bin ja am Aufnehmen, jetzt kennt ihr es. Äh. Oh. Da kommt jetzt noch irgendetwas. Lederhose. Ich muss sagen, dass es etwas komisch aussieht. Aber, ja gut. Yeah, man! Ich habe schon mal etwas. Immerhin. Und ich weiss nicht mehr, auf welcher Taste es zurückgeschaut ist, weil ich... Ah, weil ich Dings drin habe. Keep Inventory. Ich sehe aus wie ein Jodler. Wow, ich habe Chain Boots. Ja, Chain Boots. Nice. Hast du? Sehr schön. Lederhosen habe ich noch einmal. Ich muss jetzt unbedingt eine Waffe haben, sonst wird es krissen. Ja, ich habe Sticks, oder? Ja, ich habe nichts. Und außerdem Leute, falls ihr fragen, das ist eigentlich das Lugto Pack, aber ich habe komische Sounds drin, das ist ganz einfach... Ich habe so ein Sound Pack gemacht. Ich werde es noch... Es ist noch nicht fertig, ich werde es noch einigermaßen ändern. Aber wenn man jemanden schlägt, dann wird es schon richtig geil. Hör ich mal. Schön. Alter, wie geil ist das? Ich habe zwei Kettenhände. Oh, ich feiere dieses... Jungs, weisst du Bescheid. Ich habe mal eine Tube. Ich habe es gehört. Jogo... äh... was ist Jogo... äh... Chicken... Wenn man jemanden steht, dann ist es wie ein Steve. Einfach mit so Punch-Effekten. Wenn man Kiste aufmacht, dann ist es so wie früher, wenn man Kiste aufmacht. Wenn man Türen zummacht, dann ist es auch so wie früher, wenn man Türen zummacht. Und so weiter. Oh, Arsch. Oh nein, du bist ein Chester. Ey, aber es ist gefährlich im Fall, gell? Die Türen sind Leute. Oh, oh. Jaja. Jaja. Ich bin gerne, dass du an einem Url geht. Ich bin down, ich bin down. Am Arsch. Ich lege nichts an. Ich bin down. Ich bin down. Abstauben. Nein. Du darfst aber nichts benutzen. Egal, ich kille jetzt. Einer kommt, einer kommt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein, also jetzt. Was? Alter, what the fuck? Mann, ey. Scheisse. Fette Türen. Jetzt gibt es die Kille für dich. Das ist das Teamgab. Ich habe einen Tag noch. Ich kann nicht ohne Kille haben. Kacke, Mann. Ja, vielleicht doch. Ja, genau. Nein. Zwei Alberti. Das gibt es doch gar nicht. Doch. Tschüss. Tschüss. Das ist nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Deathmatch, du musst 30 Sekunden überleben. Nein. Nein. Nein, ich bin nicht 100%. Nein, am Arsch. Komm bitte, schnell. Nein. Pratsch schon. Nein. Okay, ich bin noch nicht in der Lava. Ich bin noch nicht in der Lava. Ich bin noch nicht in der Lava. Okay, gestern geh in die Lava. Hallo, ich bin auch da. Kann ich dich nicht schlagen, dass du wieder hochkommst? Nein, ich schaff's noch. Drei, zwei, eins. Oh ja, ich verbran, ich verbran. Drei Herzen. Nein. Zwei. Nein, nicht in der Lava. Nicht in der Lava. Nein. Nein, nein. So scheisse. Super, ich darf jetzt nichts mehr haben. Der kommt der Full Iron Man. Ich darf nichts haben. Ja, ich küsse ihn hier. Mit Diaschwert und so. Oh, Alter, Diaschwert. Oh. Der Nozki ist gerade down. Ja, ich bin gerade down jeden Moment. Alter, es tut mir so leid, Mann. Wenn ich eins kunde spiele, hat er die Jazz aufgemacht. Ja, ja. Ich bin ernst. Schau mal. Oh, Nozki. Eins Herz, eins Herz. Ich drücke im Kombo rein, schau. Nein. Zwei Herzen hat er verloren. Ja, Nozki, jetzt kommt der Team auf mich zu. Wo bist du, wo bist du? Schnell, Harnisch anlegen. Ich kann nichts machen. Das andere Team ist wieder. Ich bin... Ah, du bist schon durch. Ich bin... Ich bin der Sack, der Team, bis ich auf mich zu kam. Ich kann nichts machen. Fuck, Mann. Nein. Zopp. Holz... Da kommt er! Er kommt doch, er kommt doch, er kommt doch. Oh mein Gott. Er kommt doch, er kommt doch. Zopp. Es hat einfach kein Schwert, Mann. Du musst den Challenge nicht anlegen. Oh. Habe ich ihn angelegt? Ja. Scheisse. Ich jump runter. Ich bin gerade runtergejumpft. Nein! 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 Ah, ich bin down, oder? Nein! Wie viel Leben? Sechs. Keine Chance. So, Jungs. Letzter Versuch. Wir haben jetzt einfach keine Nerven mehr. Ja, weil... Ich sehe nur die lustigsten Szenen. Zwischendurch ist noch viel anderes passiert. Alter, wir sind jetzt sicher schon eine Stunde dran. Mindestens. Sicher, sicher. Oder sogar eine und halb. Das ist echt eine schwere Challenge. Wir haben einfach mega viel Pech. Ich glaube, wenn wir jetzt... ... beide Einzusschmerzen oder so bekommen, dort natürlich... Äh, wo bist du? Ah, dort. Gehen wir... Die Routen da mit dem Kran, oder? Gehen wir zur Bauernhof? Ja, ich bin. Wo ist da überhaupt? Genau. Okay, dort, hinter das blaue Haus. Easy. Easy. Gehen wir. Okay, ich hole es jetzt noch in der Mitte der Kiste. Ja, ich kann. Perfekter Start. Ich kann. Holzschmerzen. Nein, doch nicht. Ist alles geklaut worden. Holzschmerzen. 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 Schmerzen. Schmerzen. Oh, fuck. Ab zum Bauernhof. Ich bin schon unterwegs. Ab zum Bauernhof. Mit dem Globus ein an der Hand. Ich nehme weiter. Goldharnisch. Dann komme ich runter. Hast du Goldharnisch? Nein, nein. Hast du Lederboots? Nein. Scheiße. Leder-Man. So ein Leder-Wix. So, so, so. Da drin, da. Ich kenne das gut. Ey, doch nicht cool. Dann kannst du auch dein Cape designen. Also, genau. Ja, Fabi. Also, ich mache einen Intercontest natürlich. Ganz einfach easy und so. Ey, du kannst aber Schweizer Neukürze nicht mal malen. Doch, du kannst es doch selber malen. Nein. Hg? Ja. Okay, ich bin oben. Ich gehe in... Ich gehe in das Jump Ronde hinein. Nein, hör auf. Ich habe Eisagst. Und Leder-Lederjacke und... Ich kann auch Lederjacke. Ich kann auch Lederjacke. Ja, Mann. Wir sind Lederkings. Ich habe immer Lederjacke, habe ich das Gefühl. Äh, hast du Chain Helm? Nein, Chain Helm. Nein, Chain Helm. Stone Axe. Nein, Eisen Axe. Scheiße. Geh, aber geh nicht runter. Nein, nein, ich gehe nicht runter. Ich bin auf dem Dach. Okay, da war schon Futterkiste. Okay, komm, gib mir weiter. Oh, Scheiße. Habe ich gehört? Aber ich weiss nicht, wo du bist. Ah, da. Ich bin ausser dran. Ich bin auf der anderen Seite sozusagen. Aha. Wir haben keine Waffen momentan, hä? Nein, ich habe einfach Eisagst, Tani. Oh, da ist der Flughafen. Das ist gefährlich. Ein gefährliches Gebiet. Ja. Ja, es ist wirklich nicht cooles Haus. Wie? 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 Das hat doch Alfi mal gesagt. Ja. Wirklich nicht. Was ist dort? Da ist noch Jess. Da ist noch Jess. Oh, Lederhilm. Hast du einen? Nein. Hast du das Goldschwert? Wutenex. Wie hast du es angezogen? Lululululul. Hey, hey. Aha. Ich habe Eisagst. Keine Wutenex und nichts. Ich habe nur Eisagst. Aber ich habe einen Codeweb. Ich kann jemanden einfangen, wenn er uns von vorne kommt. Drei Codewebs. Oh, hey. Federn, die nehme ich mal mit. Irgendwie ist da niemand. Gehen wir es aus. Mal schauen. Mal schauen. Gehen wir mal rein. Ich glaube, da war niemand. Ich gehe hoch. Ja, da war niemand. Nice. Goldharnisch. Super. Ich habe auch Goldharnisch. Chain Leggings. Ja, habe ich nicht. Ich habe Eisagst. Scheisse. Okay, Goldharnisch. Zack. Goldharnisch ist das Beste vom Gold... Äh. Ja, das ist echt so. Und Helm, Helm. Ist auch noch nice. Ich komme da gar nicht rauf, wenn ich das nochmal teste. Oh, oh, bitte, bitte. Und, und, und? Ah, ja, Chain, Chain aus. Ja. Lulululul. Man, Goldhelm. Oh, Woodenex. Woodenex im Hin. Yes, ich kann auch eine. Hast du Goldhelm? Nein. Nein. Alter, was ich alles noch habe? Ich habe noch... Ähm, Eisenbaerschutz, Eisenstiefel, Kettenhemd, Goldbaerschutz... Aber Goldbaerschutz... Alles nicht. Alles nicht. Also Goldbaerschutz kann man gleich kübeln. Hä? I don't know. Oh, check's nicht. Oh, do I get a... Swiss Kit? Äh, da ist ein Lederharnisch. Da war jemand. Lederharnisch. Lederharnisch. Ein Goldharnisch. Jetzt da. Gibt es noch einen? Nein, nein, pass auf. Auf jeden Fall. Ah, da ist ein Lederharnisch. Oh. Oder jemand hat es einfach ausgelöst. Ja. Auf jeden Fall hast du das Stimme einfach gar nicht so plötzlich. Oh, Eisenhose. Und das da. Yes, Eisenhose, habe ich. Und liegt das Ketten-Things auch da. Alter. Mir braucht einfach ein bisschen ein Schwert noch. Dann kommen wir drauf. Auf jeden. Hast du einen Kettenhelm? Nein, Gold. Kacke. Kein weh. Die letzte Runde könnte nochmal nice werden. Ja, sieht ganz so aus. Wie viel lebt noch? Gefällt 10 Stück? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und 7. Der Luke. Ah, bist du nicht bald? Ja. Gut, ich komme auch. Ich gehe vor ihm, dann siehst du mich. Ey. Nein, bist du Tartan oder was? Ich sehe, dann kommt er mir. Oh. Oh. Super, wirst du stehen. What the fuck? Der Lachflash am Anfang, Mann. Ja, den müssen wir unbedingt reinziehen. Den müssen wir einfach reinziehen. Oh, die Hände schon reingezogen, wenn ihr bis dahin geholt habt. Wahrscheinlich. Ah, Mann, ey. Aber langsam vergeht Lust, ey. Ich probiere das schon so lange. Das ist so ein Scheiss, Mann. Das ist die ganze Zeit nichts. Oh, der hat den Pita mit den Celtics Crack. Das weiss ich noch genau. Ah, ja. Ich lasse mir ein Kleck. Oh, Goldschwert. Hast du? Ja. Nein. Ja, da. Alter, geil. Nice one. Da, angeln hast du? Nein, keine Angeln. Boom, jetzt sind wir Teamers. Oh, ich habe sogar einen Kompass. Komm. Nice, ich auch. Da. Gut. Jetzt gehen wir zum nächsten und gut. Der steht da. Ja. Zum Bahnhof wahrscheinlich. Alter, ich sag dir, die reichen wir jetzt. Jo. Ich gehe mit den Angeln drauf. Oder soll ich... Wollen wir reinfangen? Genau. Drücke Codewebs. Vielleicht einfach ein bisschen riskanter. Riskanter Bunter. Das ist da! Ja, ja, ja. Ist allein. Alter! Nein! Kannst du mich boosten? Äh... Kannst du mich boosten? Dann geh nach vorne, geh nach vorne, geh nach vorne. Oh mein Gott. Ich habe mich auch kittet. Hahaha! Oh! Teamplayer von FDW. Okay, schnell. Gehen wir irgendwo an, was sicher ist. Um ihn ausrüsten. Ja. Hast du einen Boots? Oder so? Nein. Hast du einen Chain-Helm? Ja, ich habe einen Chain-Helm für dich. Nice one. Aber äh... Ich habe einen Eisen-Helm. Scheisse. Da können wir ganz weg schliessen. Da, ein anderer für dich zum Boosten. Lederstiefel, Lederstiefel jetzt nicht. Nice, ich habe Lederstiefel an. Ich habe... Ich habe ein Feuerzeug... Hast du einen Gold-Helm? Ja. Jetzt habe ich einen. Nice, ich auch, ich auch. Gut, gut, Alter. Wir sind gut equipt. Wir sind gut dabei, Mann! Ja, Mann! Round! Das klingt... Hahaha! Alter, schau, wie viel Leder kann ich sein bei Angeln? Feuerzüge darf ich benutzen? Ist das richtig? Oh, ich habe zwei... Egal. Es kommt... Es kommt Kesskreuz, irgendwie. Ah... Es gibt auch Kitterstiefel, aber bringt es einfach gar nicht. Aber einfach besser Durability. Okay, ich glaube, wir sollten das auf jeden Fall gewinnen, weil mein einziger Crack hat in dem ganzen Game. Da kommt eine! Es kommt eine! Nein! 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 Arsch! Drei Arze! Was? Ich habe einen Arsch! Alter! Ich habe nichts gecheckt! Ich war gerade so wenigstig am Aussortieren. Plötzlich kommt der... Gää? Oh, ich bin wieder in 3 Tagen geplant worden. Ich habe dir den *** geschrieben. Okay Leute, das war meine Challenge. Kappen voll. Den Globig Laban. Jetzt sagst du mal ruhig mal einen Globyskin, weil ich verpackt habe. Das ist meine Strafe. Genau, schreibt aber jetzt so. Genau, ich tue unser Formular. Äh, Form... Keine Fresse. Formular Updaten. Und zwar Bestrafung, falls wir es nicht schaffen werden. Genau. Dann müssen wir in eine Challenge. Wir spielen 3 Tage mit der Globyskin. Genau. Genau, also die nächste Aufnahme wird mit der Globyskin kommen. Okay, tschau Leute und bis zum nächsten Mal.